Hallo, mein Name ist Schmidt-Christian. Ich bin dein Immobilien- und Finanzco-Test. Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast bei mir, und zwar der Julien. Der junge Mann hat schon in der kurzen Zeit einiges auf die Beine gestellt, unter anderem zwei Magazine, es sind sogar zwei, und einen Wirtschafts-TV-Kanal, den ich sehr, sehr spannend finde. Und in dem heutigen Video sprechen wir so ein bisschen, und es ist ein kurzes Interview hier auf dem Immopreneur-Kongress. Ja, kurz ist gar nicht so kurz, also zwölf Jahre bin ich schon selbstständig. Also ich habe mich tatsächlich mit 18 selbstständig gemacht und bin dann erstmal ins Marketing gegangen und habe Unternehmen geholfen, besser zu werden und erfolgreicher zu werden. und bin dann über diese Schiene irgendwann zum Verlagsgeschäft gekommen, weil wir einen Finanzkunden betreut haben und der hat viel mit Immobilien und solche Sachen gemacht. Und dadurch bin ich dann auf die Idee gekommen, weil es noch kein physisches Sachwertmagazin für Sachwerte, also für Immobilien, für Gold, für Boden und Rohstoffe und so weiter gab es noch nicht. Und da habe ich dann so meine alte Leidenschaft Medien erweckt und habe gesagt, okay, da können wir jetzt ein Magazin draus machen. Und das war zum Hochzeit der Finanzkrise und da wollten sowieso alle Leute irgendwie ihr Vermögen in Sicherheit bringen oder physische Werte einlagern. Und dann sind wir mit dem Magazin echt gut angekommen. Und da habe ich die letzten sechs, sieben Jahre sehr viel Erfahrung sammeln können. Und wir haben, wie du schon sagtest, zwischendurch noch Wirtschaft TV gegründet, womit wir die deutschen Newsportale mit Video-Inhalten beliefern und haben dann jetzt im letzten Jahr das Erfolg-Magazin dazu gebaut sozusagen, weil jetzt gerade, vielleicht merkst du das auch so in den sozialen Medien oder überhaupt im allgemeinen Umfeld, dass die Leute immer mehr nach so Erfolgsprinzipien suchen und so Spruch des Tages und diese Sachen. Und Bücher lesen zu diesem ganzen Thema. Und da haben wir gesagt, warum macht eigentlich kein deutscher Verlag dazu ein Magazin? Weil es gibt zu allem ein Magazin. Klar. Es gibt zu finanzen ein Magazin in verschiedenen Abwandlungen und zu Autos und zu Reisen. Und warum denn nicht über das wichtigste Thema, was gerade jeden interessiert, nämlich Erfolg. Und irgendwann haben wir dann gesagt, naja, wenn es sonst keiner macht, dann machen wir es halt. Sehr geile Idee. Weil wir wissen jetzt, wie Vertrieb funktioniert. Wir haben eine tolle Redaktion aufgebaut. Wir wissen, wie man Layout wird. Wir haben alles da. Und ja, dann haben wir das sozusagen alles auf die Straße gebracht für das Erfolg-Magazin. Sehr, sehr cool. Du hast jetzt gesagt, also den Kanal, den TV-Kanal, den du hast, der ist ja schon up-to-date. Das kann man auch online alles machen. Jetzt gibt es ja viele Leute, wie zum Beispiel der auch hier ist, Gerald Höhern. Der sagt ja, es wird sich alles, vieles verändern. Auch das Verlagswesen bestimmt. Wo du mir vielleicht auch ein paar Sachen geben kannst. Jetzt bin ich jemand, der sagt, ich weiß gar nicht, wann ich, wenn ich ehrlich bin, die letzte Zeitung in der Hand hatte. Wo ich auch wirklich gelesen habe oder wo ich jetzt ein Abonnent davon bin. Ich weiß nicht, dass mein Papa irgendwie abonniert, irgendwie Finanzzeitung und sowas. Klar, der hat da physisch und blättert da drin rum. Wie stellst du dich auf sowas ein? Oder wie stellst du deine Unternehmen darauf ein und sagst, pass mal auf, wir müssen uns weiterentwickeln. Und wie sieht sowas aus? Du hast tatsächlich recht, dass es zwei Käufergruppen gibt. Du hast einmal die etwas ältere. Wir haben zum Beispiel beim Sachwert-Magazin eine ganz alte Zielgruppe. Okay. Immobilien sowieso, ja. Die haben teilweise noch drei Ziffern in der Telefonnummer und da ist nochmal ein Indikator. Und wir kriegen viele handgeschriebene Briefe und so weiter. Also da haben wir wirklich eine alte Zielgruppe. Und da ist von Print natürlich gar nicht wegzudenken. Klar. Aber auch da haben wir natürlich frühzeitig gesagt, wir wollen auch digital gehen. Nicht nur, weil das modern und toll ist, sondern auch, weil man dadurch schnell eine gute Reichweite erzeugen kann. Zum Beispiel über die Airlines oder über Hotels und so weiter. Die bieten heute ja alle ihre Zeitungs-Apps an. Dass du dir auf dein eigenes Device deine Zeitschriften vom Frankfurt Allgemeine oder die Bunte oder eben auch das Sachwert-Magazin oder das Erfolg-Magazin runterladen kannst. Und von daher ist dann natürlich die zweite. Das ist unsere Generation. Und unsere Generation abonniert eigentlich kaum. Ich habe auch, ich glaube, ich habe keine Zeitschriften-Abo. Ja. Würde ich mich jetzt nicht daran erinnern. Das liegt natürlich einmal daran, dass ich zum Beispiel so Apps to Readly benutze. Ja klar. Wo ich 1.500€ automatisch habe für 9,99€ oder so. Und zum zweiten ist es einfach so, weil wir sind einfach nicht so beständig. Also ich glaube, wir wechseln auch mal öfter die Automarke und so weiter. Also ich glaube, wir sind nicht so beständig. Ja, bei mir auch. Und ich versuche jetzt auch mal Oberklasse. Und dann müssen wir uns natürlich darauf einstellen. Und das haben wir auch gemacht, indem wir zum Beispiel das klassische Abo-Geschäft beim Erfolg-Magazin gar nicht so extrem favorisieren. Weil Abo-Geschäft ist eh teuer, lohnt sich kaum. Weißt du, die meisten Verlage müssen da noch drei Bohrmaschinen oben drauflegen, damit sich überhaupt jemand für ein Abo entscheidet. Und da haben wir gesagt, okay, wir machen viel kostenlos. Wir geben viel Content einfach kostenlos raus, um die Leute überhaupt mal auf unsere Seite zu ziehen, um den Leuten zu zeigen, worüber reden wir überhaupt, was machen wir da überhaupt. Und dann passiert was ganz, ganz Verrücktes. Die Leute, die sich unseren Content anschauen, die werden dann teilweise so neugierig, weil sie sagen, das ist so hochwertig und ich muss ja kein Abo abschließen. Kostet mich nix. Die sollen nicht kaufen und so weiter. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann gehen die Leute mal an den Kiosk und kaufen sich für fünf Euro die Zeitschrift, zum Beispiel. Und werden dann nachher totale Fan und bestellen tatsächlich ein Abo. Sehr cool. Und die sagen alle das gleiche wie du. Die sagen, ich habe noch nie ein Abo gekauft, aber das Ding ist so cool, weil einfach auf jeder Seite so hochwertige Sachen stehen, die ich total gut gebrauchen kann für meinen Erfolg. Also seid ihr jetzt die erste Zeitschrift, die ich abonniere. Und das ist natürlich ein cooles Feedback. Was sind da für Themen? Also jetzt speziell auf das Thema Erfolg. Das heißt, du moderierst Leute, die selber erfolgreich sind in ihrem Business. Wie auch immer das aussehen mag. Oder? Kann ich mir das so vorstellen ungefähr? Und die geben praktisch ihre Tipps an die Leser weiter? Oder an eine Strategie? Also wir sprechen auf der einen Seite ganz, ganz viel mit mega Erfolgreichen. Okay. Also mit Stars, irgendwie aus der Showbranche mit Musikern. Mit Politikgrößen oder mit Leuten aus der Wirtschaft, mit Milliardären und so weiter. Oder mit Profisportlern wie Vladimir Klitschko oder Olli Kahn oder wie auch immer. Cool. Und fragen die Menschen, was war in deiner Karriere dein wichtigster Erfolgsfaktor? Wie bist du mit Scheitern umgegangen? Wie ist das mit deinem Umfeld und deiner Familie? Und wie setzt du dir Ziele und so weiter? Und dadurch, dass das so unterschiedliche Menschen sind, da lege ich auch wirklich Wert drauf. Sehr cool. Ich habe mich noch nie irgendwie festgelegt auf irgendwie, wir interviewen jetzt nur Profisportler oder nur Unternehmer. Sondern ich will die alle hören. Und ich glaube, das ist auch das, was den Leuten am besten gefällt. A, dass für jeden was dabei ist. Und die Leute verstehen auch, dass man sich von jedem etwas rausnehmen kann. Genau. Da muss ja nicht alles passen. Nein. Es passt nie alles. Das geht gar nicht. Und hoffentlich auch nicht. Weil die meisten Menschen sind ja gar nicht in allen Lebensbereichen erfolgreich. Weißt du? Die sind vielleicht ganz toller Sportler, sind aber pleite und dreimal geschieden. Weißt du? Also du hast Dinge, von denen du lernen kannst. Aber du hast auch viele Dinge, da solltest du dir über die Finger von lassen. Ja. Und von daher finde ich es einfach wichtig, dass man sich das selber wie so ein Buffet zusammensucht und nachher so seine eigene Erfolgsrezeptur, die zu mir persönlich passt. Sehr cool. Sehr cool. Ja, also auch sowas, was du schon angesprochen hast, ja, dass Know-how und Wissen im ersten Step auch gar nicht so viel kosten muss. Ja, es gibt so viel. Also wenn ich jetzt an meine Zeit denke, wo ich jetzt angefangen habe, ja, auch im Immobilienbereich hatte ich keine Ahnung, ja, da wäre ich dankbar gewesen, ja, wenn ich was gehabt hätte wie so ein Sachwertmagazin, wo ich schon viele Informationen gebündelt habe, ja, bevor ich jetzt irgendwie tausend Zeitungen nach irgendwelchen Artikeln durchforschen muss. Und ich habe heute in der Bereich, im Social-Media-Bereich, YouTube und sowas, kann ich mir auch Leute relativ einfach heraussuchen, wo ich sage, ich habe da ein Draht dazu, ich sehe die als jemanden in irgendeiner Art und Weise erfolgreich, ja, und kann mir von denen einige Punkte abschauen. Finde ich sehr, sehr cool. Absolut. Und aktuell sind wir hier auf dem Immopreneur-Kongress, da passt das Sachwertemagazin natürlich bestens dazu. Durchaus. Gibt es zur aktuellen Ausgabe irgendwas, was du sagen kannst, weißt du, aktuelle Thema, was ist so gerade up-to-date in dem Bereich? Das Witzige an YouTube-Videos ist ja, aktuell ist eigentlich eine blöde Idee. Ach so, ja, stimmt. Weil, ihr schaut das wahrscheinlich in einem Jahr an. Wenn das in einem Jahr jemand guckt und sagt, hä, wieso, das ist auch gar nicht auf. Aber in einem Jahr gibt es es ja immer noch. Definitiv gibt es das immer noch. Und wir versuchen immer die Waage zu halten, wir machen Immobilieninvestments, wir machen Edelmetalle, wir machen Rohstoffe allgemein. Klar. Wir machen aber auch so ganz, ganz konservative Sachen wie Wald und Grund und Boden und so weiter. Weißt du, das ist natürlich auch... Okay. Aber auch mal was Interessantes, weißt du, auch mal irgendwie so, so irgendwie eine Rinderherde in Paraguay kaufen. Echt geil. Und an dem geschlachtigen Vieh nachher profitieren. An alle Veganer jetzt. Das gibt es auch ganz charmant, ja. Bestimmt. Das gibt es auch mit Weizen und so. Genau. Ne, sehr, sehr cool. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Grundlage. Aber da haben wir natürlich genauso die Experten. Also jetzt, auf dem jetzt aktuellen Cover ist Dirk Müller drauf. Okay. Mr. Dax. Genau. Und Dirk, der stößt ja auch mal so ein bisschen an die Ecken und sagt auch mal was Unbequemes. Und das finden die Leser eigentlich schon gut. Guck mal, den tollen Florian Hommen hatten wir dabei und viele mehr. Aber wir versuchen auch mal so ein bisschen so ein kulturelles Poppourri da mit reinzubringen. Wir schreiben auch im Sachwertmagazin natürlich mal etwas über Finanzerfolg und so weiter. Finde ich sehr spannend. Also finde ich ein super spannendes Thema. Auch viele Sachen, die ich jetzt noch gar nicht gekannt habe von dir. Aber vielen lieben Dank für dein Interview. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Danke für deine Antwort. Sehr, sehr gerne. In Zukunft gibt es natürlich noch ein paar andere spannende Menschen, die uns weiterbringen. Wenn du mehr Infos zu Julian haben möchtest, findest du alles unten drunter. Ich würde auch, wenn du möchtest, noch mal ein paar Sachen verlinken. Oh ja, gerne. Also Homepage. Wir können zum Beispiel etwas machen. Wir können deinen Zuschauern, können wir auch einen kostenlosen Link zur aktuellen Ausgabe geben. Da kann jeder mal reinwerfen. Ja, sehr cool. Also dann könnt ihr euch so einen kleinen Einblick dafür geben. Ein Exklusivvorteil. Sehr cool. Ja, dann könnt ihr euch auf jeden Fall ein kleines Bild darüber machen, was der junge Mann hier schon alles auf die Beine gestellt hat, der auch schon relativ lange in einem Business unterwegs ist. Was ich richtig krass finde, weil ich glaube, dass da ganz schön viel dazugehört, in dem Bereich was aufzubauen. Also ich komme mir da immer vor mit Immobilien. Ja, ist nicht so schlimm. Ja, liegt vielleicht auch daran, dass ich schon ein bisschen länger mache. Aber in dem Business kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ja, vor allem Verlag und sowas. Verlagswesen. Die ganzen Sachen schreiben mit Fotografen. Schreibt ihr die ganzen Sachen selber? Also hier die ganzen Artikel, lasst ihr die schreiben? Also wir haben natürlich ein Redakteursteam, aber wir haben auch viele Gastautoren und so weiter. Okay, sehr cool. Mit denen wir uns abstimmen. Vielleicht braucht ihr noch einen für Denkmalschutz, dann würde ich mich mal melden. Genau, zum Beispiel. Sehr, sehr cool. Na dann vielen lieben Dank. Im unteren Bereich findet ihr noch Informationen zu ihm und ihr findet auch da die Möglichkeit, hier nochmal kurz reinzulesen in die beiden Magazine. Ich wünsche euch eine schöne, erfolgreiche Woche. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Dankeschön. Bis dahin. Tschüss.